Barbara Schöneberger muss Abschied nehmen, auch, wenn sie es dieses Mal gar nicht will. Barbara Schöneberger, 49, wird in Zukunft etwas mehr Zeit haben, denn einer ihrer Jobs bricht weg. Und damit ein echtes Herzensprojekt der Moderatorin, Schauspielerin und Unternehmerin. Dieses Aus ist hart. Barbara Schöneberger. Trauriges Aus offiziell. Nun ist sie da. Die letzte Ausgabe des Frauenmagazins Barbara. Vor einiger Zeit hatte der Verlag Gruner plus Jahr bekannt gegeben, dass das Magazin nicht länger produziert werden würde. Wie auf bisher jedem Cover ist Barbara Schöneberger zu sehen. Diesmal im stylischen Disco-Look mit aufregender Wallemähne. Quer über das Bild ist der Schriftzug Feierabend gedruckt. Daneben stehen ehrliche Worte. Auch die schönste Party geht irgendwann zu Ende. Die gute Zeit aber bleibt. Aus für Barbara. Länger als so manche Promi. Ehe 2015 hatte Barbara Schöneberger das Magazin gegründet. Das von sich sagt kein normales Frauenmagazin zu sein. Die 77 Ausgabe ist jetzt die letzte. Ein sicherlich schmerzhafter Abschied für die beliebte Entertainerin. Auf Instagram wählt Barbara Schöneberger emotionale, aber auch ehrliche Worte, um ihr Magazin zu verabschieden. Es war die Zeit unseres Lebens, wirklich. Fast acht Jahre gab es unser nicht ganz normales Frauenmagazin, viel zu kurz. Andererseits muss man sagen, so lange hält manch Promi Ehe nicht. Schreibt Bebs, bevor sie ihren Leserinnen und Lesern dankt. Sie haben diesen großen Erfolg erst möglich gemacht. Ich habe sogar von Leserinnen gehört. Die erst spät zu uns gestoßen sind und dann alle Ausgaben, die sie verpasst hatten, nachbestellt haben. Wo gibt's denn sowas? Barbara Schöneberger – Weniger Essen für mehr Barbara Gewohnt direkt richtete die erfolgreiche Unternehmerin auch ein paar Worte an ihren Ex-Verlag. Ganz ehrlich, ich bin traurig, dass bei Barbara und mehr als 20 weiteren Printmagazinen des Verlages Gruner plus Jahr, der Rotstift angesetzt wurde, betont Schöneberger und witzelt. Ich hätte auf jeden Fall weitergemacht und in der Verlagskantine dann auch wirklich weniger gegessen und so weitere Kosten eingespart.